Guten Abend, wer in meinem Alter ist, der kennt vielleicht noch Billy Ocean When the going gets tough, the tough get going Ich nehme das als Sinnbild und ich verlinke euch auch den Titel hier Wunderschön, ist allerdings Geschmackssache, ich meine darum geht es nicht Sondern es geht um den Spruch an sich, wenn das Gehen hart wird, dann gehen die Harten Wer ein bisschen Englisch kann, kann es übersetzen, der weiß es So, lasst uns ruhig einfach mal über diesen einen Satz nachdenken Ich wünsche euch einen schönen Abend Ich habe ihn jetzt auf jeden Fall, denn ich habe wieder viel zu tun Es ist viel zu organisieren und seid überrascht Tut etwas steht da unten Ab in die Videobeschreibung Ich werde es natürlich verlinken, wie man mit dem Handy in die Videobeschreibung kommt Na dann, ich wünsche euch was, tschüss